Es war etwa vor vier Jahren und dann hat meine Mutter mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich mal politisieren könnte. Und dann habe ich mir gedacht, dass ich mal in das Kinderparlament gehen könnte und das hat mir gefallen. Und dann bin ich geblieben, ging zuerst in die Stadtdetektive und dann wurde ich Co-Präsident. Weil ich es immer cool fand, wenn andere Co-Präsidenten oder innen auf der Bühne waren. Das wollte ich auch mal machen. Es macht Spass unter vielen Kindern zu sein. Man kann Kontakt aufbauen. Wie übrigens, dass ich zum Beispiel bei Politik, ich habe etwas über Politik gelernt. Es werden viele Fragen beantwortet. Ich kann auch mitentscheiden, oder? Und man lernt so, sich eine eigene Meinung zu bilden. Ich finde, sie nehmen uns ernst. Man sieht das zum Beispiel. Da haben wir ein Postulat eingereicht, wegen dem ÖV, dass wir es zu teuer finden. Und das haben sie jetzt, sie haben eine Lösung mit uns gesucht. Ja, ich habe eine Partei, die ich gerne mal sein werde. Und das ist die SP, also die ganz linke Seite. Ja, und meine Kinder sind halt Geldsachen, Budget. Und das ist halt auch mir sehr cool. Seine, zwei und drei! Woo! 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, Bis zum nächsten Mal.